Gut, los geht's! Schild und Pistole Pistolenmatch hier Scheiße, ich hab Spritten fertig Machen wir mit Messern oder ohne? Ohne Messern Ja, zwischendurch in der Luft schießen Genau, damit wir uns sehen Nummer 1 Ja komm, schieß schon Wo bist du? 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 Ach Scheiße! Sorry Ey, keine Granaten! Ja, sorry Wo bist du? Wo bist du? Und auch nicht hochgehen! Hochgehen auch nicht Das kann ich auch Ist ein Messer drin Ja Und du bist auch ohne Messer Scheiße, das wollte ich auch gerade machen Dein Leben gehört mir Fail? Richtig fail Ich bin einfach der Beste Ey Ich bin einfach der Beste Ach ja und Schmerzmittel Genau Toll schon Yeah Ja Haben wir nicht gesagt ohne Granaten? Das kann ich scheiße drauf Na gut, Blatt-Granaten können wir auch erlauben Aber auch hinterblatt-Granaten Ich find das auch kacke eigentlich Haha, ich krieg Punkte Ja, warte ist keiner mehr Kein Schild Schwierig dann, wenn du zurückgehen würdest Ja Aber müssen wir irgendwas einfach anschauen Können wir auch noch machen Einmal noch Ah, fuck Fuck, 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 fuck Dein Leben gehört mir immer Schickes endlich Oh, ich seh dich gar nicht Aber ich hab dich gesehen Ja, das ist die Scheiße Schieß mal Schieß nochmal Hauptsache, du wirst gleich kein Polizier Ja, ja, ja So soll man das auch nicht ausnutzen Na klar Scheiße Glaubst du, ey? Das gibt's doch gar nicht Siehst du Doch, bei Roller Doch, bei Roller Das ist ja wohl unfair Ey, du hast gesagt, das ist erlaubt Ja, gut, wir belassen ja Okay Blendgranaten lassen Kriegen deine Waffe immer Naja, wenn ihr keine Emotionen habt Einfach Die Waffe des Gegners aufzuwenden Mach ich doch gar nicht Ach, wer nicht Irgendwann in Bewegung bleiben Niemals campen Ja, das sind meine Regeln Scheiße Fuck, das war die falsche Granate 10 zu 5 Das war ausgeglichen Wieso Wieso, wieso wirs immer wirst du mit dem Messer? Um mich? Ist ein Messer Von mir aus kannst du das noch Jungen, auch nicht Okay, jetzt jungen mich das Stryke 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 ist bei allen Neuen umhauen, das ist Bowling Hier hau ich dich um Was? Neunmal? Zehnmal? Siebenmal Ah 13 Gib sie einfach zu, ich bin besser Nein, bist du nicht Nein Spätestens wenn ich den Controller mit den Dingern schnirrt Rapid Fire Controller Ein Rapid Fire Controller Das ist ja wohl gescheatet Ja, aber voll teuer die Zeit Scheiße Sonst 80 Euro, also ich bin für einen, wenn irgendwo mal guckst Oder irgendwas oder so Ah Dreck Ich bin nicht getroffen Jetzt kannst du ja mal mein Messer aufnehmen Wenn ich das finde Fuck So spielt man Ja, wie er da liegt, wie ein Stück Dreck liegst du da Wie ein Stück Dreck Wie ein Stück Dreck Lass mich doch liegen wie ein Dreckstrip Das gibt's doch gar nicht Die Decke ist einfach, du bist schlecht Komm her, komm her, komm her Ich bin doch hier, Mann Ich hab gerade gewechselt, das ist unfair Das ist fairer als alles andere auf der Welt Aber du bist Schieter ganz einfach Wie clever wir sind Wie dumm mal Das gibt's doch gar nicht mal Schild schießen Das vermisse ich beim Black Ops Was? Messer werfen Ja, Messer werfen Ich mach Black Ops so oder so, ich zuck da sowieso nicht mehr Kann doch mal drauf Ich bin zwar Zombie-Modos, aber... Das hab ich nie gesehen Scheiße, dass ihr die auch besser werfen können Danke Hä? Zeig ich Weil man hört dann nur noch ein Messer für die Scheiße, ich treffe nur dein Schild Kacke Oh, jetzt sieht er nix mehr 15 zu 22 Jahre, muss ich mal aufholen So, halbwegs knapp noch Im Gegensatz des Neufangers Dreck, Dreck, Dreck Wenn du die hinlegst, dann kann ich die kaum treffen wegen dem Scheißschild Ach ja? Jaaa So auch nicht So offensichtlich darfst du die auch nie hinlegen, ja Du darfst die auch nie hinlegen Das ist dein Fail Scheiße Schmerzmittel Endlich mal Schmerzmittel Obwohl ich nicht wirklich gesehen habe Ach kacke 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 Drei 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 Da habe ich einmal zu spät geschossen, so eine Scheiße.